Hast du schon mal was von dem Tetris-Effekt deiner Psyche gehört? Nein, damit meine ich nicht das. Nein, nein, nein. Aber es ist im Endeffekt so ähnlich. Du musst dir vorstellen, du befasst dich zum Beispiel mit dem Spiel Tetris. Ich nehme das jetzt als Beispiel, weil es diesen Namen Tetris-Effekt eben trägt, beziehungsweise davon kommt, du spielst Tetris, sagen wir mal, drei, vier Stunden am Tag. Du läufst durch die Stadt bis beim Einkaufen, suchst eine Parklücke oder wie auch immer. Du probierst sozusagen mit deinem Verstand die Dinge passend dafür zu machen. Also du denkst dann, wenn du jetzt irgendwelche Sachen in deinen Einkaufswagen einlädst, stellst du dir vielleicht als Tetris-Steine vor oder du träumst davon oder was auch immer. Das Ganze kann dir aber nicht nur bei Spielen passieren, sondern auch bei irgendwelchen, sage ich mal, Mindsets, bei irgendwelchen Gedanken oder in irgendwelchen Phasen, in denen du dich gerade befindest. Das Ganze kann auch sehr schlecht für deine Geldanlagen sein. Da musst du aufpassen, vor allem wenn du an der Börse irgendwie unterwegs bist oder woanders aktiv mit deinem Geld. Schau, dass du den Tetris-Effekt möglichst vermeidest. Denn mit diesem Effekt neigst du sozusagen dazu, Dinge, die du gewohnt bist, die du immer magst, einfacher zu erkennen, die dann eher zu präferenzieren, also sprich vorzuziehen. Und dadurch nimmst du dir sozusagen die Möglichkeit, andere Dinge überhaupt erst wahrzunehmen, weil du siehst dann in deinem Tunnelblick die Dinge, die in dein Mindset reinpassen, die einfach dafür stimmig sind. Genauso kann es sein, dass der Tetris-Effekt dafür sorgt, dass du dich von den Nachrichten her, von den Informationen, die du dir holst, dass du da auch dich sozusagen zu einseitig damit abdeckst und andere Nachrichtensender oder Nachrichtenquellen vielleicht sogar komplett ignorierst. Dadurch nimmst du dir die Möglichkeit, Dinge aus verschiedenen Sichtweisen überhaupt erst mal wahrnehmen zu können. Und du schränkst dich vermutlich unabsichtlich mit deiner Meinung dadurch komplett ein, indem du wirklich einfach nur darauf achtest, was passt in mein Ding rein und Sachen, die vielleicht erst mal nicht reinpassen oder komisch erscheinen, ignorierst du komplett. Da habe ich dann für dich noch bei Wikipedia was gefunden. Wie immer, Quelle ist unten verlinkt. Das kann ja auch passieren, wenn du, wie gesagt, eine gewisse Ansicht hast, eine gewisse Sichtweise, dass du andere Möglichkeiten gar nicht mehr in Betrachtung ziehst. Und es ist für dich selbst am schädlichsten so zu handeln. Wer sagt denn, dass diese eine Wahrheit, dieser eine Gedanke, den man da hat, dass das sozusagen ausschließlich das Richtige ist? Das kann ja sein, dass irgendwo anders irgendwelche anderen Mindsets, irgendwelche anderen Eingebungen, die du noch aufschnappen kannst, wenn du diesen Effekt ablegst, dass du dir dann, sage ich mal, dieses gedankliche Rosinenpicken machen kannst. Du hast dann davon was, du hast dann davon was und du hast davon was und deine Kernmeinung, die du dir bereits gebildet hast, dann kannst du überlegen, ist es sinnvoll, meine Meinung nochmal zu überdenken? Kann ich da vielleicht davon mir ein bisschen was rausziehen, was da mit reinpasst und modele es dann ein bisschen um? Je nachdem, völlig, völlig nach Situation. Also schau, dass du nicht sozusagen in deinem Mindset komplett gefangen bist, weil du sämtliche andere Sachen nicht mehr wahrnimmst. Und vor allem nicht, wenn du irgendwie dein Geld investierst. Dann kannst du dazu neigen, dass du die Nachrichten, die Gedanken von anderen, von vielleicht kritischen Seiten deiner Investments erst gar nicht mehr wahrnimmst. Und dann, wenn du Pech hast, kann das Ganze eventuell dann ziemlich teuer werden. Das war es auch schon wieder. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, gib dem Video einen Daumen nach oben. Wäre gut für den Algorithmus, wenn du auf Abonnieren drückst und gleichzeitig die Glocke aktivierst, verpasst du kein weiteres Video mehr. Wenn du willst, bis zum nächsten Mal. Danke, dass du reingeschaut hast. Ciao.